Heute gibt es die besten Vorbereitungstipps für 15 Punkte in der mündlichen Englischprüfung und am Ende werde ich euch sogar noch eine Seite empfehlen, auf der ihr sehr, sehr gut Hörverstehen üben könnt. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabitur-Schnitt. Ihr seht, ich sehe heute ein bisschen schicker aus, weil ich bald auf eine Messe gehe, wo ich verschiedene Schüler auch von euch treffen werde und mich ein bisschen mit allen austauschen will. Aber das ist gar nicht Thema des Videos, sondern, sondern, ich habe so unfassbar viele Anfragen bekommen bezüglich mündlichen Englischklausuren. Das habe ich vollkommen ungewöhnlich, krass. Und nachdem es scheinbar so eine große Nachfrage hat, werde ich dieses Video für euch machen. Auch viele haben ja Weg am Hörverstehen gefragt, dann würde ich euch auch eine sehr geile Seite am fünften Punkt empfehlen. Deswegen lasst uns direkt rein starten und keine Zeit verlieren. Erstens, schwimme in der Sprache. Das ist so entscheidend. Ich meine, man hört es hier mal wieder. Ja, lese einfach ein paar mehr Sachen auf Englisch. Und das ist auch sinnvoll. Oder schau dir die Serien auf Englisch an. Und das macht auch Sinn. Aber ich würde es noch ein Level höher pushen. Das heißt, versuch wirklich in der Sprache zu schwimmen. Das ist im Prinzip in deiner Vorbereitungszeit. Ich würde es dir sogar fast allgemein empfehlen, dass es fast nichts mehr gibt, was auf Deutsch ist. Das bedeutet, die Videos, die du auf YouTube anschaust, Englisch. Okay, meine Videos kann ich auch auf Englisch machen. Keine Ahnung, was weiß ich. Aber die Serien, die du anschaust, Englisch. Podcast, die du anhörst, Englisch. Wenn du dir selbst Notizen machst, Englisch. Schreib nur noch auf Englisch. Wenn du Hefteinträge verfasst, schreib doch die mal auf Englisch. Einfach, dass alles, was du machst, Englisch ist. Dass es so weit kommt, dass du sogar Englisch denkst. Ist bei mir mittlerweile sehr, 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 sehr oft der Fall. Und das Traumziel ist dann quasi, dass du Englisch träumst. Ich persönlich träume fast gar nichts. Deswegen kann ich dazu relativ wenig sagen. Aber wenn du es wirklich schaffst, dass du Englisch träumst, dass du dich so viel mit dem englischen Vokabular, der englischen Sprache rumgibst, dass du wirklich darin denkst und träumst. Dann bist du einfach so stark in dieser Sprache drin, dass du vor allem auch in so etwas wie einer Drucksituation, wie einer Prüfung, gar nicht dieses, oh shit, habe ich jetzt den richtigen Fall verwendet, das richtige Pronomen, bababam. So etwas passiert automatisch. Und das ist ja das, was ich immer wieder sage. Ihr müsst in Prüfungen darauf abziehen, dass die Dinge, die ihr in der Prüfung abrufen sollt, automatisiert sind. Dass ihr es im Prinzip so gut drauf habt, dass ihr es gar nicht mehr verlieren könnt. Und das machst du in der Sprache eben so, indem du dich so viel damit umgibst, dass es für dich vollkommen normal wird. Dich in dieser Sprache auch auszudrücken. Zweitens, jetzt der entscheidende Punkt, warum so viele eben nicht die Topnote bekommen oder sogar 15 Punkte bekommen, die sie eigentlich verdient hätten. Und zwar, zweiter Tipp, verstehe die Anforderungen. Es ist so wichtig, überleg dir einfach mal, was bringt dir denn wirklich die Punkte? Weil die meisten denken immer, ah ja, ich lese einfach ein paar Sachen auf Englisch davor und dann gucke ich mir ein bisschen noch ein paar Sachen an und dann, boom, habe ich 15 Punkte oder 13 oder was auch immer. Aber so funktioniert es nicht. Sondern auch die Bewertung ist nicht subjektiv. Klar, subjektiv ist es immer in einem gewissen Maßen, auch in einer Mathe-Klausur. Aber es gibt ganz konkrete Richtlinien. Es gibt einen ganz normalen Erwartungshorizont. Den kannst du dir für dein Bundesland einfach im Internet raussuchen. Kannst du durchlesen und dir selbst nochmal die Frage stellen, bin ich denn auf diesem Level? Das geht ja meistens von 0, 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Und das wird dann meistens mal 4 oder sonst was, je nachdem wie viele Punkte es für die Aufgabe gibt, genommen. Und dann stellt dir mal die Frage, bin ich wirklich schon in diesem 4, 5 Punkte Bereich? Oder ist es eher 3? Habe ich teilweise vielleicht auch 2 Punkte? Ich denke, das ist mehr so, okay, es sind auch Lücken mal im Satzbau. Wie ist es bei dir? Und dann überlege dir ganz konkret, sowohl inhaltlich als auch Sprache, so wird das hier immer aufgeteilt, wo muss ich mich noch verbessern? Und das ist super, super wichtig. Und das Ziel ist im Prinzip hier, dass du durch Tipp 1, also dass du so stark in der Sprache schwimmst, den Sprachenteil so gut drauf hast, dass du dich in der Klausur dann voll auf den Inhalt konzentrieren kannst. Und damit kommen wir zum dritten Tipp. Befasse dich ausgiebig mit den Themen. Und die Betonung liegt hier ganz klar auf ausgiebig. Du musst sie im Prinzip wirklich lieben. Auch wenn es vielleicht nicht dein absolutes Wunschthema ist, versuch dich wirklich extrem dafür zu interessieren. Schau dir alle möglichen Sachen an. Recherchier im Internet und so weiter. Weil gerade in der mündlichen Prüfung ist es ja so, oder auch wenn du in der schriftlichen was ausschreiben sollst für diejenigen, die wie beim Hörverstehen bei dem Video sind. Leute, gerade dann, wenn du was ausformulieren sollst, dann ist es wichtig, dass du viele Details kennst. Dann kannst du nicht sagen, ja, ich kenne so die Hauptsachen und die schreibe ich mal hin, weil dann bist du noch drei Sätze fertig. Stell dir vor, du bekommst in der mündlichen Prüfung die Frage, ja, sprechen Sie doch mal bitte eine Minute darüber. Und du hast nach drei Sätzen nichts mehr zu sagen. Du bist am Arsch. Und dann ist es super, super wichtig, dass vor allem, wenn du in die richtig hohen Punktebereiche gekommen bist, dass du dann viele Dinge auch vergleichen kannst, dass du damit arbeiten kannst, dass du dem Lehrer zeigst, hey, ich fühle mich in dieser Materie wohl. Und dann, dann hast du nämlich eine richtig geile Kombination aus Inhalt, beziehungsweise aus Sprache und Inhalt. Des Weiteren kann es da wirklich auch Sinn machen, dass du überlegst, hey, die Themen, die wir in der Prüfung haben, sind ja oft auch schon Vergangenes oder so. Wie kann man das mit aktuellen Ereignissen kontrastieren? Weil solche Fragen werden sehr, sehr oft gestellt. Deswegen habt ihr das auch auf jeden Fall im Hintergrund, da vielleicht wichtige aktuelle Ereignisse auch parat zu haben. Aber gehen wir direkt zu Tipp 4 über. Und zwar Sprache ist Kunst. Und das ist jetzt nämlich genau der Punkt, wo alle denken, oh, ich hab's ja schon. Ich kann es ganz gut sprechen, kann mich da ganz gut ausdrücken und die Inhalte verstehe ich auch einigermaßen. Dann sollte es ja alles passen. Aber das ist genau der Denkfehler für alle, die wirklich die absoluten Topnoten erreichen wollen. Weil, wenn du wirklich dahin kommen möchtest, das ist dann ein Bereich, wo du mit der Sprache spielen musst. Das bedeutet, sowohl Sprache als auch Inhalt muss die Basis sein. Du musst dich in der Sprache vollkommen wohlfühlen, sich sehr gut ausdrücken können und gleichzeitig die inhaltlichen Komponenten alle sehr gut drauf haben und dich auch dadurch, dass du dich tiefer eingearbeitet hast, wie eben in Tipp 2, bis in Tipp 3 war's glaube ich, dass du da wirklich dann das einfach da jede Ecke kennst. Weil wenn du die beiden Komponenten hast, dann kannst du es zur Kunst werden lassen. Das bedeutet, es geht nicht mehr darum, oh, kann ich da in der einen Minute jetzt genug sagen, sondern es geht darum, ah, klar, ich weiß, was ich sagen möchte und ich weiß, wie ich es ausdrücke. Jetzt geht es nur darum, wie kann ich es möglichst elegant, möglichst strukturiert, möglichst smart, möglichst anschaulich darstellen. Das sind dann Gedanken und die machen dann über 13, 14, 15 Punkte aus. Und dann zu guter Letzt, fünftens, Hörverstehen üben, habe ich euch ja auch noch versprochen, dass es das in diesem Video geben wird. Und zwar habe ich ein bisschen für euch recherchiert, hey, was gibt es denn da, klar, man kriegt vielleicht im Unterricht mal 1, 2, 3, 4 Hörverstehen, die man machen kann. Wenn man es richtig geil üben will und ich kann euch nur empfehlen, übt, Hörverstehen, 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 weil das macht ihr ja sonst fast gar nicht. Ja, sprechen und so weiter machst du immer. Aber wirklich einen Text hören und dann zu versuchen, daraus Fragen zu beantworten. Dieses Aufgabenformat hast du nie, außer halt kurz vor der Vorbereitung im Unterricht. Deswegen unbedingt, checkt mal Spotlight-Online ab. Ich werde es auch in der Beschreibung verlinken, keine Sorge, ich kriege einfach kein Geld oder sonst irgendwas. Ich habe gerade einfach nur vorhin recherchiert, hey, was gibt es da, um für euch einfach da den möglichst großen Value zu haben und nicht einfach nur zu sagen, yeah, übt Hörverstehen. Dann denkst du dir, oder denkst du dir, ja, toll, aber wie soll ich Hörverstehen üben? Deswegen wirklich mit konkreten, ganz konkreten Tipps, klickt den Link unten in der Beschreibung und da könnt ihr das Ganze üben. Das ist wirklich echt geil. Das ist irgendwie so zwei, zweieinhalb Minuten immer, wo du, keine Ahnung, du hörst halt so ein richtig typisches Hörverstehen-Ding und dann kriegst du, gibt es manche Komponenten, richtig viele, wo es gar keine Fragen gibt. Da kannst du halt beispielsweise einfach nur selbst danach versuchen, alles aufzuschreiben, wie du es verstanden hast. Und es gibt wirklich auch Aufgaben, wo du einfach genau zu den Texten, den du gehört hast, konkrete Aufgaben hast, du es in deiner Klausur hättest und das ist halt mega, mega geil, um das zu üben. Deswegen mach da unbedingt alle durch. Ich glaube, das ist unfassbar wertvoll und ansonsten, ich hoffe, dass du mit diesen Tipps wirklich die 15 Punkte schaffen kannst. Es ist kein Hexenwerk, okay? Es ist immer nur Inhalt und Sprache und Inhalt meisterst du eben, indem du dich viel mit den Fächern, mit den Themen beschäftigst und Sprache dadurch, dass du sie möglichst viel verwendest, hörst, konsumierst und so weiter und wenn das beides dann fusionierst und dann lernst du damit richtig, richtig gut umzugehen, dann steht dir wirklich nichts mehr im Weg. Aber sei dir wirklich bewusst, worauf es in der Klausur ankommt und zwar auf die Anforderungen und nicht darauf, was du sagen willst. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube immer an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. I wanna know what the fuck is a team nobody gonna work harder than me especially if it's my dream I can't let none of these looks in a vein no my city's blessings I can't even see praying that I get to breathe, yeah So Of course es wie die